Wir sind ein Bitcoin-Store und wir wollen Bitcoin in die reale Welt bringen, weil es natürlich viele Leute gibt, die keine Ahnung haben von der Thematik. Und wir haben hier reale Personen, die für Fragen- und Antworten zur Verfügung stehen. Bitcoin ist einerseits ein Zahlungsmittel, also eine digitale Währung, die aber auch jederzeit konvertierbar ist in Euro oder US-Dollar. Andererseits ist es aber auch ein Zahlungssystem, wie beispielsweise PayPal oder Western Union. Das Besondere an Bitcoin, also das Revolutionäre, ist aber die Dezentralität von Bitcoin. Das heißt, wenn man sich von Teilnehmer zu Teilnehmer Geld sendet, braucht man keine Bank oder einen Finanzintermediär. Wir haben hier den ersten ATM, 2-way ATM in Österreich. Das heißt Cash-In, Cash-Out. Und da kann man direkt mit Bargeld Bitcoin kaufen und auch verkaufen. aaon. . . Untertitelung des ZDF, 2020